hallo ich bin der loy und jetzt geht's weiter mit cube world und der plan für heute ist auf jeden fall irgendwie ein pet zu bekommen und ich habe jetzt mal so ein bisschen nachgeguckt das ding ist okay ich kann mir auch nicht alles aufschreiben weil ich jetzt doch ziemlich viel ja so ein paar sachen habe ich glaube ich auch schon wieder vergessen aber ich habe auf jeden fall mal ich habe auf jeden fall eine waffel und mit einer waffel kann ich terrier zähmen und ich glaube damit kann man schafe zähmen affen das waren affen aber ich habe nie ich weiß nicht habe ich jemals affen gesehen vielleicht gibt es die in dieser region gar nicht es gibt ja auch nicht alle tiere in dieser region oder hier das sind das ist für koalas ich weiß nicht ob ich schon mal koalas gesehen habe date cookie das war für kamele habe ich schon mal kamele gesehen ich weiß es nicht brot das sind das sind irgendwelche käfer lolly das waren auch käfer das waren die die mich bespuckt haben also mal gucken irgendwie werde ich schon mal eins finden also terrier habe ich doch irgendwie am laufenden band gesehen dann gibt es aber noch scottisch terrier die mögen tatsächlich croissants warum auch immer so ansonsten könnte ich mal ja natürlich noch mal versuchen hier paar sachen zu machen also das hier das war das monster radieschen das hier ist der nekromant ich gehe noch mal hier hin ich da so ein bisschen ich weiß ich war hier in der wüsten region irgendwo kamel ich kann ja mal hinschauen ich weiß es absolut nicht mehr so was war das jetzt noch mal ja date cookie war das der hier aber ich habe keine ahnung und man kann also auch also nicht nur grüne gegner sondern auch oder grüne kreaturen das sind ja keine gegner oder diese neutral man kann aber auch die roten zähmen hallo alter der hat ja auch was aufgeladen ginger tadlet ok ich habe keine ahnung da müsste ich jetzt auch wieder nachschauen wofür man das braucht welches tierchen aber hier ist die hier ist ja die wüste schon wieder zu ende es ist ja nur so ein schmaler streifen wir ist mal irgendwie höher war ich da schon mal moment ist das ja doch das könnte aber der sein boah ich weiß es nicht aber das fliegen ist cool hier so na jetzt spawnen hier nicht die ganzen viecher so weit so weit ist die anzeige nicht ich weiß es jetzt gar nicht ob ich jetzt da schon war ne das ist nochmal das ist nochmal ein anderer ich den immer übersehen oder habe ich mich da nicht hingetraut weil da so krasse gegner sind ok ich kann den nicht konnte den nicht stunnen auch zu stark für mich ich kann ja schon bosses stunnen aber den nicht na super wow bam bam tot alter habe ich immer noch so wenig resistenz aber ich verstehe das nicht ich meine ich habe doch jetzt hier ok das ist lila naja das hier ist noch blau oder noch einen zweiten ring oder so wäre ganz gut aber das ist gelb das hier ist schlecht meine chest ist so schlecht habe ich da nie was besseres gefunden oder habe ich das einfach ausgetauscht faszinierend also da bräuchte ich mal was besseres das ist blau das ist gelb das ist ja alles nicht so schlecht aber es geht auch schon auch noch besser genau jetzt bin ich jetzt bin ich bei dem hier aber bei dem anderen möchte ich jetzt noch mal hinschauen so naja spielen wir einfach noch so ein bisschen weiter also ich muss noch stärker werden wenn ich da noch diese Bosse besiegen will sonst wird das nix und auf dem Weg mal gucken vielleicht finde ich ja ja Pferde Pferde brauchen kandierte Äpfel und ich kann ja Äpfel finden und ich kann mir Zucker kaufen aber ich kann mir keine kandierten Äpfel selbst herstellen sondern dass die werden auch getroppt und ich habe keine gefunden ich habe Apfelringe ne ich kann mir keine Pferde zähmen achso das war auch ein Pferd das sah komisch aus ja das ist so ein bisschen das Problem wenn man ich weiß aber nicht ob die ähm diese Sachen hier das ganze Essen hier ob das dann auch in einer anderen Region zu finden ist also es wäre ein bisschen komisch wenn nicht wenn man da auch wieder bei Null anfängt naja so ach da oben äh und wo ist der Typ hin weiß man nicht so genau so einmal hier hoch keiner da hier ist nochmal Lore Archeologists have been looking for the remains of Sunorunia the capital of Südrokia kingdom aber Südrokiens das sind ja böse ähm up to now up to now all their efforts were wasted ja kann ich die finden das weiß ich halt nicht ob das dann auch nochmal so ein Dungeon wäre zum Beispiel der da unten wo ist denn der jetzt hin da genau der ist vom Südrokia kingdom und der ist böse 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 so so na immerhin die da sind gut oh skeletons are strong ja habe ich gemerkt hang glider sailing hang gliding guck mal ob ich mir was zu futtern machen kann äh ja weil ich brauche wieder Heilung genau die haben sich ja auch ganz gut bewährt hier die Pumpkin Muffins kann mir eine Limonade machen ne was fehlt mir denn noch achso Zucker das verstehe ich nicht hier helps against extreme heat wo denn kann ich dann durch Lava schwimmen weil in der Wüste hatte ich jetzt irgendwie nichts gebraucht da hier rechts oben steht zwar auch Temperatur aber macht mir keinen Schaden oder so oder werde ich dann langsamer oder so ich habe keine Ahnung ob es da auch noch Effekte gibt na gut ähm bum 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 dann gehe ich jetzt hier nochmal ein bisschen in die Richtung die da sind böse ach Arimid das gab es ja auch noch Kingdom of Arimid komm Schaui so was seid ihr Eislings boah die sind natürlich die sind natürlich heftig ob ich so einen einzelnen mal probieren könnte oder ich nehme doch mal eine andere Waffe ähm ich mache wieder den hier komm doch mal her äh das ist sehr weit da drüben ich muss nur einen angreifen bitte gibt's auch gar nicht jetzt so ich kann ihn stunnen das ist gut alter ist der brutal Leftovers oh gelbe Leftovers das könnte interessant sein aber der Gegner ist stark der Gegner ist stark so na komm ich probiere nochmal einen okay oh Ella's Splendid Silk Chest Armor na hallo genau das brauche ich doch und noch eine Suppe na genau das brauche ich doch denn mein Ding hier ist grün und das hier ist gelb plus 19 plus 44 Resistance plus 400 HP alter bumm 1200 HP habe ich jetzt na sowas hat mir doch gefehlt ich bräuchte nämlich unbedingt irgendwie was ähm also gut das ist zunächst mal es lohnt sich hier diese Gegner anzugreifen so jetzt habe ich hier mehr Resistance Hammer das hat sich mal gelohnt so was haben wir hier Snow Lions aber ich glaube die kann man eh nicht zähmen oder ich weiß es nicht Snow Runner aber ich habe gesehen Byters kann man zähmen mit irgendwas ich habe mir jetzt nicht alles aufgeschrieben und ich möchte jetzt auch nicht dauernd wechseln äh zum Browser da fliege ich mal denen dezent vorbei da sind noch mehr Eislängs kann ich mir da noch so einen holen mal gucken was da aus denen noch rauskommt gut das war jetzt nicht so clever nix nur drei Goldmünzen naja besser als gar nix oh und naja der ist natürlich auch heftig ich muss letztlich muss ich alle meine Rüstungsgegenstände auf gelb kriegen irgendwie das muss das Ziel sein na versteck dich doch nicht Snow Gnobolt die greifen mich da natürlich alle an das ist nicht so angenehm die verstecken sich da richtig hinter dem hinter den Schneemassen na komm die lasse ich mal Baby Mammoth nee ich hab ich hab nur irgendwas gesehen Baby Elephants aber die müsste man doch auch zähmen können ich mein was wenn nicht die Kräne keine Ahnung ob man Kräne zähmen kann na gut hier wiederholt sich das hier war ich ja auch schon mal dann geh ich mal irgendwie vielleicht da oben hin vielleicht war ich da oben noch nicht so 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 was haben wir hier Bananasplit hab ich schon ich hab nie Affen gesehen das ist ja ja auch mehr so keine Ahnung nordeuropäischer Wald Mischwald da müsste ich wahrscheinlich in ein Dschungelbiom kommen so oh das geht so schön hier hoch zu steigen aber hier ist nix hier ist einfach mal gar nix so das sind nur Krähen jetzt finde ich keine Terrier mehr aber ich glaube die sind auch nicht im Schnee müsste ich mal irgendwie aus dem Schnee raus dass ich Terrier finde Moment Moment Lemon Beetle äh ich hatte doch was hatte ich nicht was mit Lemon da Lemon Tart und so müsste ich mich dann einem mal annähern aber nicht allen hallo es mag mich wie lange dauert das und jetzt ist es blau krass und hat irgendwie viel mehr Leben interessanterweise okay jetzt greift er den an so und kann ich dich jetzt kann ich auf dir reiten ich weiß nicht wie man das macht ja ich kann auf dem reiten ist das geil ähm zwar mit T okay genau ich habe ja die Zügel die hatte ich ja mal gefunden ah man jetzt jetzt würde ich gerne rauszoomen aber irgendwie geht das nicht uch das wollte ich nicht okay aber kann ich das auch wieder irgendwo einpacken das das Pad oder geht das nicht ach und was sich jetzt mal interessiert ist der jetzt weg ich glaube schon oder ja ja den hat er jetzt aufgefuttert das heißt wenn ich jetzt wieder so einen haben will muss ich vorher erst wieder eine Lamentat finden ähm ne ich kann nicht mit ihm schweben kann der schwimmen oh geht so oh jetzt drücke ich da immer die falsche Taste so raus oder habe ich dich jetzt da eingesperrt super wie kriege ich dich denn jetzt wieder da raus ähm äh habe ich es kaputt gemacht oder muss ich einfach hier hingehen er schafft er nicht guck mal ob der sich teleportieren kann oder so also so kann ich den auf jeden Fall rufen muss ich noch weiter weg da da ist doch fast hochgekommen oh komm äh 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 das kann doch nicht das kann doch nicht wahr sein das weiß ich doch nicht dass der dann diese diese läppische Stufe hier oder ich hoch naja gut ich muss ja auch springen aber trotzdem oh Gott jetzt strampelt er sich ab manchmal guckt er so ein bisschen drüber aber dafür ist der altar auf talion letztendlich mal weg den hatte ich ja auch zweimal gemacht oh hast du wieder geschafft okay jetzt muss ich mal was gucken also ich renne jetzt mal so jetzt so okay das geht tatsächlich ein bisschen schneller nicht viel aber ein bisschen kann ich trotzdem Sachen einsammeln ja so das sind Collies nee Collies weiß ich nicht wie man die zähmt aber die sehr stark sind ich weiß jetzt auch nicht ähm weil der hatte viel mehr äh viel weniger Leben als er noch böse war hat das sich jetzt meinem Leben angepasst weil ich so viel hab dass der jetzt auch über tausend hat skaliert das da irgendwie keine ahnung okay ja Collie Pet dann viel Erfolg nicht 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 ins Wasser ja das ist dann da ist man natürlich dann auch so ein bisschen limitiert wenn das Viech nicht ins Wasser gehen kann und ich weiß nicht ob man das Pad also man kann wahrscheinlich auch immer nur ein Pad haben oder oder schätze mal man kann immer nur ein Pad haben und ich kann das auch nicht irgendwo quasi einpacken dass ich sage ja geh mal weg oder geh in deinen Pokéball sondern entweder oder entweder mit Pad oder ohne Pad die sind jetzt nicht mehr so wahnsinnig äh gefährlich na gut aber dann habe ich wenigstens noch was cooles gemacht und jetzt da ich mehr Leben habe soll ich und vielleicht auch mehr Resistance soll ich dann nochmal das Radieschen probieren äh wo war denn das jetzt hier ich habe hier nirgendwo das kann ja nicht wahr sein oder das kann doch nicht wahr sein dass ich da nirgendwo hier was habe Cedorrox habe ich gemacht also hier muss es doch noch äh Shrines geben okay Pad wird gleich mit teleportiert äh wo muss ich hin ich muss in die andere Richtung okay und die kommen auch wieder alle hier obwohl ich das ja schon gemacht habe keine Ahnung ist das Absicht dass sich das zurücksetzt ist das ist das auch ist das das ist das